Hey Shosh-Leute und willkommen zurück zum Shosh-Cast. Heute mit etwas anderem Thema, wo wir inspiriert wurden, um genau zu sein, von der Turipuru-Chan von unserem Server. Nämlich meinte sie, dass Resident Evil 7 der Plot um einiges rückwärts sehr viel mehr Sinn macht. Und dann ist uns eingefallen, meine Güte, das passt generell auf jede Menge Spiele, dass der Plot rückwärts irgendwie viel witziger ist oder komplett anders ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen heute mal damit an, indem wir die Haupt-Resident-Evil-Teile einfach mal rückwärts vom Plot angehen und uns mal anschauen, wie das Ganze denn rückwärts ablaufen würde vom Plotpunkt her. Angefangen bei Resident Evil 7. By the way, wen habe ich denn überhaupt dabei heute? Ich glaube, ich lasse dem alten Mann den Vortritt. Du willst dich also rausreden, okay. Ja, ich immer, ich immer. Hallo, ich bin der Hauptgrund, warum ihr hier eingeschalten habt. Schön, euch kennenzulernen. Die zwei anderen könnt ihr gepostet, Marian. Der Hauptgrund, ja nö, ist klar wohl. Du hältst dich ja nicht noch richtig genug, um den Wund aufzumachen, Keks. Verliert gegen einen Teebeutel, aber alles gut. Was heißt ihr verloren? Ich habe gewonnen. Ja, weil er alleine gegen sechs Leute war. Ja, da hat sich aber sehr Teebeuteln lassen. Ja, das ist, ne? Der hat richtig geteebeutelt, der Junge. Die meisten von euch wissen gar nicht, was das ist. Guckt bei Hol auf dem Kanal vorbei. Dann versteht ihr. Und das andere ist Keks. Hi. Falls ihr es nicht gesehen habt. Geh sterben, blöde Dämonen. Entschuldigung, ich bin nebenbei DMC. Ja, das ist das Interessante. Sie kann jetzt hier nebenbei DMC4 zocken, während ich hier sitze und sage so, boah, meine Wand ist ja richtig schön gerade. Wiederholt das bitte nochmal ganz kurz. Ich bin gerade in Overwatch, was? Ach du auch, wunderbar. Was hat er gesagt? Ich glaube, es hackt. Ähm, Shadow, gleich bin ich dran, die nix machen darf. Denk dran. Ich werde so derbe zocken, ich sag's dir. Ich werde so derbe zocken, das glaubst du gar nicht. Das sind Probleme in einem Podcast, die man nur hier erläutert bekommt. Ja. Dritte Weltprobleme bei uns. Aber ich hab gesagt, die Idee, die die Wille ich patentiert haben, das ist cool. I like that. Ja, solange der ganz andere Resist-Star verlandet ja bei mir. Ja, eben, also alles, was irgendwo Resident Biber hat, das darfst gern haben. Yay! Also wir fangen jetzt ja an bei Resident Evil 7. Wir haben ja gesagt, wir fangen hinten an, wenn wir schon alles rückwärts machen. Und wir haben offscreen uns schon mal echt eine Menge Gedanken darüber gemacht, wie sowas überhaupt ablaufen würde. Und da ist uns aufgefallen, in Resident Evil 7 spielst du quasi den Bösen, wenn man es rückwärts angeht. Weil unsere Grundidee war, du fängst im Flugzeug an, also wir gehen jetzt mal vom Good Ending aus. Wir kommen aus einem Flugzeug, landen von einem Monstrum aus Matsche und infizieren eine Oma. So fängt es ja an, basically. Ja. Dann? Also im Prinzip, du prügelst das arme Monster zurück, bis es keine Chance mehr hatte und unbedingt zu einer Oma mutiert und hofft, dass du es verschonst. Ja, stimmt. Und dann lässt du die Oma in Ruhe und gehst weiter deiner Wege. Dann kommst du in... Also okay, die Alte ist alt, die ist gestraft fürs Leben. Dann kommst du in eine Salzmine, lernst alles mögliche über einen Virus, bekommst nochmal eine Infusionsspritze gefühlt. Nee, du vergisst alles mögliche über den Virus. In der Salzmine. Eigentlich. Doch, da. Nee, wenn wir es rückwärts angehen, dann lernst du dann ja erst. Nee, warte. Ja, stimmt, du vergisst alles. Du kommst in die Salzmine und verblödest. Also jedes Mal, wenn du irgendwas liest, dann hast du immer nur diese Stimme in deinem Kopf. Fake News. Fake News. Oh, Mensch. Fake News. Wow, ein Pilz. Wow, so original. So awesome. Wow. Ich hab schon mal Pilzpfanne gegessen. Die hat mich nicht angegriffen. Fake News. Denn in der Salzmine war ja nicht viel wirklich, außer ein Haufen Gobbelfiecher. Naja, du klebst halt eine Menge Matschepampe zusammen, bis du eine Armee von Matschepampe-Monstern hast, die alle glücklich sind für ihr Leben. Stimmt, ja. Wenn wir das so rumsehen, ja. Dann kommst du zum Schiff. Du gehst selber in den Kokon. Naja, du bist halt müde und russig ein bisschen aus. Nee, Blödsinn. Deine Freundin quetscht dich in den Kokon. Deine Verlobte, die quetscht dich da rein. Ja, ja, aber das ist ihr allerdings ein Side-Plot, weil sie ist ja eigentlich der wahre Grund, warum du dort bist und so hardcore verbittert und böse bist. Denn die Aldi ist auf einem absoluten Trogentritt und ein absoluter Crack-Head. Stimmt, das macht was Sinn. Und deine Mission ist es ja eigentlich nur, sie dort abzuladen, damit sie auf den Kalten hinzukommt. Stimmt. Und dabei presst sie dich halt in diesen Kokon, aber du wirst vom Virus befreit. Ja. Du wirst also vom Virus befreit, schnappst dir deine Ische wieder. Nachdem die erstmal der absolute Hallus geschoben hatte aus den guten alten Zeiten, wo sie am Ende dann noch ihren Therapeuten vermöbelt hat. Stimmt, der Virus packt dann ja auch die Ische wieder aufs Boot. So, Toto, ihr beiden auf dem Boot, ihr tuckert jetzt in die Richtung. Tschüss. So ist das. Ja, und nachdem sie dann wieder am Steg stehen, musst du dich entscheiden, dass du deiner alten erstmal so ein paar Präparate verpasst, damit sie der Entzug besser tickt. Ja, stimmt. Das findet die andere, die am Steg steht, aber überhaupt nicht witzig. Dann denkt sie sich, du, ist das Zeug überhaupt safe? Und dann testest du das an ihrem Fördern. Leider reagiert er allergisch drauf. Stimmt. Ich kriege was mit den Augen. Stimmt, er kommt aber von seiner mutierten Form, verwandelt er sich wieder in den Menschen zurück, so nach und nach. Zwar ein kranker, genmutierter Mensch, aber das ist ja nicht so wichtig, ne? Naja, gewisse Nebenwirkungen haben alle Medikamente. Am meisten, die von Umbrella gemacht werden. Eben. Okay, das ist der Fight mit Jack, aber warte mal. Dann müsste ja der Punkt mit Lucas kommen. Wie ist das jetzt? Ja, Lucas ist einfach nur sauer, dass er nicht mitspielen darf. Er ist einfach nur auf Beachtung aus. Und dass du aus einer Bombe einen Kuchen gebaut hast. Scheiße, stimmt. Ja, du hast halt die Bomben-Party-Führung organisiert, weil die ganze Zeit vernachlässigt wurde. Stimmt. Du willst, dass es ihm gut geht. Dann löscht du die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte. Das hat zwischendrin auf den Kalender geschaut und gemerkt, oh, der hat auch gar nicht Geburtstag. Schade. Das ist ein richtiger Assi-Move, weißt du das? Du gehst einfach zu ihm hin und löscht die Kerzen auf seine Geburtstagstorte. Ja, und niemand war dann da zum Feiern. Das ist voll der Assi-Move. Eigentlich ja. Dann gehst du wieder raus, gehst einfach weiter, ignorierst ihn komplett. Das ist voll der Assi-Move. Du ruinierst seinen Geburtstag und gehst. Entweder spielst du die Torte oder ich mach nicht mehr mit. Also, er gibt sich so viel Mühe, überall das Tischfeuerwerk aufzubauen und du machst alles kaputt. Ja, das ist voll der Assi-Move. Du gehst einfach, du löscht seine Kerzen und verpissst ihn von seiner Geburtstagsfeier. So toll bist du gar nicht. In der Zwischenzeit setzt du noch ein paar Sprengfallen, falls er auf die Idee kommt, dir hinterher zu marschieren. Ja, für ihn wegen der ungebetenen Gäste. Ja, eben. Du hast halt so dieses Gefühl, er möchte nicht, dass jemand mitfeuert. Dann braucht man ja die Schlüsselkarten. Ja, das rückwärts ist sowieso langweilig. Der Part war auch vorwärts im Spiel so saulangweilig. Es ist gehe und finde. Oder in dem Falle gehe und verstecke. Ja, warte, stimmt. Du versteckst, Alter, du schließt ihn da ein und versteckst die Schlüssel im Haus. Dann nimmst du diesen Schlangschlüssel, war das, glaube ich, und stopfst ihn in eine Leiche. Alter, kein Wunder, dass der Junge so hardcore verzweifelt ist, um Freunde zu finden. Hör mal. Du magst ihn echt nicht. Okay, aber dann haben wir einen Plothall, weil Lukas kommt ja später dann wieder. Wir haben vergessen, die Hintertür abzusperren. Guter Punkt. Ja. Er ist einfach den Rückweg gegangen. Ja, dann gehst du Mutti besuchen. Die holst du aus ihrem Koma wieder. Das ist also eine relativ nette Sache. Allerdings, dabei wird sie zu so einem Hive-Mind und das ist dann auch wieder nicht witzig. Naja, aber danach ist sie dann wieder so fit, dass sie die ganze Zeit so nette Dinge sagt wie Verpiss dich, Schwanzlutscher. Ah ja, stimmt ja. Stimmt, aber erst gibst du ihr ihre Lampe wieder, genau. Naja, allerdings hast du damit auch ein riesen Insektenproblem ins Haus gebracht. Stimmt, ja. Ja. Dann hast du ein riesen Insektenproblem. Dann sagst du dir, nee, damit will ich nichts zu tun haben und gehst zum Haus zurück. Wo du deinem Jack einfach nur hilfst, ein Pferd mit einer Kettensäge abzusägen. Der mittlerweile wieder, dem geht es relativ gut. Er hat Aspirin gefunden. Eben, also es geht ihm ganz okay, könnte man sagen. Dann steckst du die Kettensäge weg, dann gehst du so, ich überlege gerade, dann kommt die ganze Sauerei mit dem Keller. Packst noch eine Leiche in den Keller, um genau zu sein. Also in den Verbrennungsofen. Ah. Dann. Stimmt, und dann kommt ja schon die Szene langsam mit dem, sag schnell, mit der Garage. Naja, ihr klebt dann noch schnell einen Polizisten zusammen, der leider einen kleinen Unfall gehabt hatte. Nee, erstmal hilfst du Jack beim Einparken. Ja, ja, und dabei merkt ihr leider, oh, wir haben leider Gottes so einen armen Polizisten über den Haufen gefahren und lassen uns mal fixen. Ich hab da diese magische Klebe-Schaufel. Der Polizist denkt sich dann so wieder, oh Gott, das war genug für einen Abend und geht. Aber dann klopft er doch mal an dein Fenster und will sein Messer zurück. Dann gibst du ihm natürlich sein Messer zurück. Ja, natürlich gibst du ihm dann sein Messer zurück. Dann spielst du ein bisschen Verstecken mit Jack im Haus. Nach der ganzen Aufregung verständlich und danach seid ihr so ausgebaut, dass es erstmal Essen gibt. Ja, dann gibt's erstmal Essen, genau. Und dann erinnerst du dich leider daran, oh Scheiße, ich hab ja meinen Crackhead vergessen einzuliefern. Nee, warte, erst tackert man dir die Hand ab mit einem Tacker. Ja. Das war deine gute Sonntagshand. Die muss ausgetauscht werden. Eben. Und dann das nächste, was du dich erinnerst, dir fehlt ein Arm. Du weißt nicht warum. Du hast einfach nur einen Stumpf. Und dann ist da wieder deine Crackhead-Freundin. Nachdem Jack dich auf den Dachboden gebracht hat. Ja, und die alte Sonne wieder so pissig drauf, dass du deinen guten Sonntagsarm verlegt hast, dass ich denk, weißt du was, hier klebe ich jetzt diesen Scheißarm an. Stimmt. Da kriegst du so deinen normalen Arm wieder. Dann sagst du dir so. Dann wird dir dein neuer Arm dran gemacht auf jeden Fall. Dann sagst du dir, boah, ich hab jetzt die Schnauze voll von dir. Du kommst jetzt in die Entzugskammer, schmeißt sie unten in den Knast und hängst eine Kette davor. Und dann sagst du dir einfach, ja, mein Job hier ist es dann. Du gehst aus dem Haus wieder raus, sagst nochmal Tschüss zu Jack, steigst in dein Auto und fährst nach Hause. Danach kriegst du erstmal eine wütende Nachricht von ihr, lass dich nie wieder blicken. Und drei Jahre später, ach, ich hab dich lieb. Ja. Küsschen. Küsschen, Küsschen. Dieser Plot macht rückwärts. Er ist rückwärts um so vieles interessanter als vorwärts. Er ist rückwärts auf jeden Fall besser als vorwärts. Ja. Ich weiß nicht warum, es macht irgendwie einfach Spaß. Lustig. Lustig. Okay, also sieben gefällt mir rückwärts um einiges besser. Auf Na the Hero gehen wir jetzt mal nicht ein. Das ist nicht mein Bruder. Zumal Na the Hero wäre ja richtig blödsinnig. Du bekommst in eine Mine, machst einfach nur einen riesen Terz und gehst dann einfach raus. Naja, du klebst das erstes Mal Lucas zusammen. Das stimmt ja. Der Junge ist ja ein Selbstmütleid zerflossen, seitdem du ihn nicht mehr lieb hast. Also ja, das DLC, das kann sich sowieso dahin ficken, wo die Sonne nicht scheint, also davon mal abgesehen. Dann wäre jetzt nächstes Resi 6. Und da überlege ich jetzt, wie machen wir das am schlauesten. Das bin ich gerade auch am überlegen, weil das ist halt... Mit den multiplen Plotlines. Ja, also entweder Jake oder Chris. Das sind ja so die ultimativen Enden dann. Ja, findest du? Also Jake und Chris haben auf jeden Fall den Endcontent drin, während du halt Simmons vermöbelt hast. Ja, also man hat sich ja den großen Bösewicht dahinter vorgekrallt, sagen wir es mal so. Ergo müsste man sich doch eigentlich um die Story von Lian kümmern. Mal davon abgesehen, dass die Lian-Kampagne noch mit am meisten Content hat. Und am besten war... Okay, also wir machen eine stumme Abzählung. Hand hoch, wer verliehen ist. Alle okay. Wir gehen jetzt alle raus. Wir gehen jetzt alle raus und gehen dann durch die Türen, wo wir für Stimmen. Äh, Politikwitze. Verstehe ich nicht. Wir kommen im Kindergarten. Wirklich nur 5% meiner Zuschauer werden diesen Joke hier verstanden haben. Nur 5% meiner Zuschauer wissen, was Politik ist. Das wäre sogar verständlich. Ich meine, ich selber will davon nichts wissen. Also... Politik! Es ist wie Children's Card Games. Nur leider ist es nur einiges wichtiger. Ja. Also gut, wir sagen, wir kümmern uns um die Lian-Kampagne. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Also es fängt... Also es hört auf, indem du Helena eigentlich die Knarre gibst. Also du nimmst Helena die Knarre weg. Stimmt. Gib das her! Nee, 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 nee. Es fängt so an. Leon wirft erst Helena die Make-up-Dose von Ada zu, um ihr dann die Waffe wegzunehmen. Kannst mal sehen. Ich hab das Ende von Razzie 6 schon gar nicht mehr richtig im Kopf. Es geht um Leon. Es geht um Leon. Ja, natürlich. Es gibt nur einen Charakter, den ich mehr hype als Leon. Das ist... Ja. Oh Gott, das wird schlimm. Da freu ich mich schon drauf. Liebe! Da ist die Frage, man infiziert quasi die Stadt? Hat man die Stadt infiziert? Nee, ne? Nee. Ja, gut. Hat man da einen... Eigentlich, also bei der Lean-Kampagne rückwärts nach vorne. Also erst mal, du lernst Helena auf dem Friedhof kennen. Denkst dir, die ist so total knorke. Aber die Knarre, die trau ich dir nicht zu. Die hat irgendwas Dreck am Stecken. Dann fliegt er erst mal romantisch mit dem Helikopter nach Tokio. Es ist nicht Tokio. Wewewewewewe. Das ist China. Schnauze. Scheißige Heimat. Meiner reagiert, das ist alles Tokio. Das kann bei City von mir aus. Ja gut. Nachdem ihr dann dort angekommen seid, seid ihr so freudig energiegeladen und müsst euren Scheldleck loswerden. Ergo belebt ihr eine riesige Fliege wieder mit Strom. Indem ihr Harpun mit Strom reinjagt. Stimmt, ja. Liebe, Liebe. Ab und zu kommt so ein Japaner durchs Bild gerannt. Warum tut sie das, Godzilla? Nur damit die Fliege sich später zu einem Godzilla entwickeln kann. Dann begebt ihr euch langsam den Tower runter. Werdet nebenbei nochmal von dem Vieh genervt so ein bisschen. Ab und zu besprengt dich Ada. Ab und zu besprengt ein Ada. Die ist auch manchmal da. Agent ist auch dabei da, aber das weiß immer keiner. Ist halt Agent. Ach nee, warte mal. Das Ende von Simmons ist doch, dass er auf dieser Säule aufgespießt wird. Nein. Doch. Simmons Ende war aufgespießt, oder? Moment, das heißt, man holt ihn quasi aus dieser aufgespießten Säule raus, ballert ihm Strom rein und sagt, lebe, lebe. Und die ganze Zeit denken, dass ich, der Typ zahlt mein Gehalt. Lebe, du Schwein. So, jetzt macht der Punkt, ob einiges mehr Sinn. Dann sind wir wieder unten. Du bist, er ist ein T-Rex auf einmal. Er hat sich weiterentwickelt. Lien und Helena denken sich so, darauf habe ich absolut keinen Bock und haue ab. Mit einem Helikopter, den sie glücklicherweise finden. Mhm. Dann die Zugfahrt. Ja, nee, nee. Vorher geht dem Helik geht ja dann irgendwann der Sprit aus. Sie müssen auf der Straße landen. Stimmt, ja. Und dann müssen sie vor dem Smog weglaufen. Nee, sie verjagen den Smog. So ist das. Oder haben sie Staubsauger dabei, die man nicht sehen kann und sie saugen den Smog auf? Nee, nee, der Smog hat Respekt vor den beiden. So ist das. Der Smog hat Respekt vor Leon, nicht vor Helena. Ja, genau. Oder er hat einfach nur Angst vor Helena. Weil normal, normal rennst du ja vor dem Smog weg. Also rückwärts, der Smog hat so viel Respekt vor dir, dass er vor dir weicht. Oder du rennst einfach nur aus Verzweiflung mit dem Smog hin daher, aber der hat keinen Bock auf Helena. Der denkt sich einfach so, alter, nee, das will ich gar nicht. Boah, nee, die Alte kenne ich, die erklärt mir immer nur Zeug. Die erklärt es mir später. Dann steigst du aber in den Zug ein. Mhm. Wo sich Simmons denkt so, ah, ich bin zwar noch kein T-Rex, aber ich bin... Wo ihr, äh, wo mal, wo die dann aus Simmons die Patronen rausziehen und saugen. Stimmt ja. Ja, vorne nimmt Simmons ja auch erstmal den Zug. Stimmt, ja. Beziehungsweise denkt er sich, wisst ihr was, ich bin zwar kein T-Rex mehr, aber ich bin immer auch so geil. Guckt's, wie ich diesen Zug, äh, auf die Gleis setze. So ein derber Zug. Dann... Oh, warte, wie war das nochmal? Wie war das denn nochmal jetzt? Was kam danach? Danach war das hier mit, ähm, wo Leon und Ada zusammen auf dem Dach standen. Hm. Äh, nee. Nee, noch nicht? Nee. Oder war da noch was? Wo sie auf dem Dach standen? Das war das Hotel, da sind wir schon lange vorbei. Ach so, da sind wir schon vorbei. Ja eben, das ist das Hotel, da sind wir schon lange vorbei. Den romantischen Quiki haben wir schon abgekaut. Aber nach der Bahn, was kam denn da? Äh, Moment. Also nach der Bahn triffst du Sherry. Stimmt, danach triffst du ja kurz Sherry. Mhm. Stimmt, das Flugzeug kommt ja dann nach dem Treffen mit Sherry dann. Dann findest du unterwegs dann halt noch da so ein Ketten-Segenmonster, das Masten unter Wasser montiert. Nettes Tierchen. Nettes Tierchen, dem gibst du aber dann seinen Arm wieder. Und dann verschwindet er. Oder? Warte mal. Doch, du stürzt mit dem Flugzeug ja... Also jetzt gehen wir mal normal rum. Du stürzt da mit dem Flugzeug ab und danach triffst du Sherry. Sherry und Jake. Stimmt, warte mal. Das Mast-Massaker war ja bei den anderen. Genau. Also triffst du dann erst Sherry, gibst dem Vieh seinen Arm wieder. Es haut ab. Und dann sorgst du dafür, dass eine Maschine wieder nach oben geht irgendwie. Allerdings bist du nicht so gut im Fliegen, deswegen... Ja. Ach, wieso? Gut, der Start war ein bisschen holprig, aber in der Luft stand das Ding 1A. Ja, doch, stimmt auch wieder. Das ging dann eigentlich. Nachdem dann dieser nette Truthahn herangestartet kam und zu einem Piloten wurde, konntest du endlich zurücklehnen und dich entspannen mit deinen Knarren. Stimmt, dann konntest du dich endlich in die Economy Class setzen, mitsamt all deiner Bewaffnung. Also allem, was du da hast. Ja. Und dann landet ihr irgendwann ganz normal und sagt euch, oh, jetzt aber mal einen schönen Tauchgang. Jetzt mal so richtig schön tauchen gehen. Nee, nee, nee. Vorher sagst du noch so, ey, Hannigan, wir sind wieder am Leben. Ja, nee, nee. Du hast erst mal bei Hannigan angerufen, der hat Bescheid gestoßen. Du, wir sind zwar gut gelandet, aber weißt du was, wir wollen jetzt erst mal Urlaub machen. Dann guckt ihr euch romantisch, sah so ein schönes Feuerwerk an und dann denkt ihr euch, jetzt erst mal ganz romantisch planschen. Jetzt erst mal tauchen gehen. Schade, dass Angela nicht dabei ist. Moment mal, wo ist denn die Szene mit, ihr habt meine Männer verloren? An der ist schon vorbei, die war in Lichshank. Ach, die ist unwichtig. Arbeitskollegen, wen interessieren die? Stimmt, das war zwischendrin noch irgendwo. Da hat sich Chris beschwert, dass er neue Mitglieder bekommt. Ständig kriege ich neue Mitarbeiter, später kommen die noch von Umbrella, scheiß die Wandern. Da kannst du mal sehen, wie konfus der Plot von Razzy 6 ist, Alter. Äh, Chris hast du ja getroffen, kurz bevor du wieder auf Sherry getroffen bist und dann was mit dem Zug losging. Ja. Stimmt, ja. Das war ja nur so ein Quikki, das ist ja unwichtig. Ja, dann bist du zu, hast du Chris gesehen und er hat gesagt, ich hab meine Männer gefunden, Mann. Keine Scheiße, erzähl mir mehr, später. Später, ich muss los. Erzähl mir mehr, später. Ich muss gehen, wir talken later, ja. Okay, call me at Chris Redfield auf Skype. Leider Gottes hat er ihn nie zurückgerufen und dann ist er jahrelang durch Europa marschiert. Ja, und irgendwann ist Chris einfach nur noch in so einer Bar gewesen und hat Fleisch gefressen. Er hat mich nicht zurückgerufen. Oh, das ist der ganze Grund für Chris Depression. Chris ist einfach, Chris ist einfach verliebt in Leon. Er willst du nicht zugeben. Oh Gott. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ach ja, romantisch wild. Ja, stimmt, also, die sagen sich, sie gehen tauchen Richtung Erdkern? Ja, nee, 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 du fährst ja vom Erdkern nach oben, also ergo Wasserfahrstuhl. Stimmt, Wasserfahrstuhl, Wasserfall, technisch gesehen. Ja, nur nach oben. Nee, wenn wir jetzt rückwärts gehen, muss es ja nach unten gehen, du bist ja dann später in diesen Höhlen. Nee, gehen wir rückwärts und fängst du im See an und fährst mit dem Hai nach oben. Ja, aber wo willst du denn nach oben? Du kannst nicht nach oben. Das komplette Spiel ist bescheuert, Leute. Hast du vergessen, wie das abgelaufen ist? Ja, du bist in der Höhle gewesen und nach oben geschossen worden. Also, aber es war so gedesignt, dass es sah, als ob du nach unten... Du kannst nicht nach oben holen. Du landest im Himmel. Shit doesn't work like that. Du bist doch aus dem Berg rausgekommen, nachdem du die ewige Schlitterpartie mit dem Vieh gehabt hast. Was für ein Berg? Eine Busfahrtie ist los, wie wir rennen. Ich such gleich die Szene raus. Ich such sie mal. Du bist in der Pfissigen. Die Schlitterpartie ging ja nach unten. Dann hast du die ganze Zeit dem scheiß Vieh da das TNT ins Maul geballert. Und dann bist du ja aus diesem Wasserlauf rausgeballert worden. Nein. Doch. Du bist doch mitten im See rausgekommen. Nein, du wurdest in den See rausgekotzt. Du bist ja aus so einer Bergsohle rausgesprudelt worden. Warum du plötzlich da mitten in einem Berg gehockt bist, weiß ich allerdings auch nicht. Wir haben nie über einen Berg geredet. What the fuck? GX, hilf uns. All die Jahre, du belügst mich. GX, hilf mir. Ich suche gerade die Szene raus. Hör auf nach Billy zu googeln. Ich suche nicht nach Billy. Zu Billy komme ich nachher. Billy ist Bay. Ich bin der Meinung, du bist einfach in so einem See rausgeschossen. Also man ist runtergerutscht. Ja. Aus dem Erdkern nach unten. Wie? Ja. Deswegen, das ist die ganze Zeit ein Plotloch gewesen. Dann bist du seit Ewigkeiten als Plotloch anerkannt. Nein, bei mir war es immer ein Plotloch, weil bei mir immer die Frage bestand, wie fucking tief war dieser Berg, aus dem du gekotzt wurdest? Wie tief bist du, weil, weil, du bist halt am Ende, kommst du wirklich aus so einem Berg raus. Danke. Danke. Ich kann mich an keinen einzigen Berg erinnern. Oder? Warte. Ich bin. Angel hat. Obwohl, nee, du kommst nicht aus dem Berg. Du kommst von unten hoch. Sag ich doch. Sag ich doch. Sag ich doch. Du elende Verräterin. Sag ich doch. Sorry. Ich guck mir grad das Let's Play von mir und Angel an. Du wirst einfach aus dem Wasser gekotzt. Du nügst. Warum nügst du? Ich sag doch. Nein. Sag ich doch. Du sagst, wir gehen in den See. Komm, wir tauchen. Auf einmal bist du in der Höhle. So war das. Das kann ich mir nicht auf mehr sitzen lassen. Das google ich jetzt selber. Oh, meine Güte. Also, wir kleben ein Hai zusammen. Ja, wir kleben ein Hai zusammen. Ich bin mir zu 110% sicher. Ich hab mal den Link mal reingepackt von dem Part. Okay. Also, wir kleben ein Hai zusammen. Und? Wir kleben ein Hai zusammen. Und dann bist du die ganze Zeit in der Höhle. Die Höhle ist so langweilig, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Du rennst da erstmal in die Höhle. In eine Gruft von deinem Chef. Stimmt. In die Gruft von deinem Chef. Die findest du dann? Äh. Das war... Belebst seine Zombie-Nachfahren wieder, damit sie da wieder rumlaufen können. Damit du in eine Arena reinlaufen kannst. Äh, wo du dann die, äh, Schwester von Helena wieder belebst. Stimmt, so war das. Damit diese erstmal ein Monster ist. Damit sie sich aus einem Monster zurückverwandelt. Stimmt, genau so. Aber zu, äh, du hast das Wichtigste vergessen. Du verwandelst sie durch die Kraft der Liebe zurück. Genau. Und dann sagt ihr, so, die ist gerettet. Wir gehen jetzt, äh, weiter hier durch Labore und, äh, denken, das ist toll. Ne, 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 ne. Wir tragen sie dann hoch da, wo wir sie gefunden haben. Legen sie dort hin und lassen sie dort liegen. Und dann gehen wir wieder durch die Labore raus. Stimmt. Und dann kommen wir in die Kirche. Genau. Ähm, Keks? Ja? Ich hab mir die Szene gerade angeguckt. Du wirst aus dem Berg rausgekotzt in diesem Wasser verlaufen. Dann lagst du im See. Egal. Ich hab Videobeweise. Leck mich. Das hat sie doch bearbeitet, hat sie das. Zu meinen Gunsten, klar. Mhm. Ist ja auch egal. Ist ja auch nicht mehr wichtig. Die Plotpunkte in Rallye 6 waren sowieso ziemlich retarded. Irgendwie sind wir reingekommen, Ende. Ja, wir sind da, wir haben es da irgendwie reingeschafft, The End. Und dann haben wir einfach gesagt, so, ach, cool, ne Schwester. Und dann so, well, yeah, that's awesome. Aber das war aus diesem Labor raus. Oh Gott, das war nach dem Labor. Das, äh, die Katakomben da von der, der Dings. Von Simmons? Ne, die, die Kirche war doch da mit dem Truthahn. Ach so. Dann kam die Kirche, da haben wir halt den Truthahn wiederbelebt, damit der Gase versprühen kann. Dann haben wir gesagt, so, gut, da haben wir jetzt weniger Bock drauf. Ja, ne, du bist erst mal reingekommen, hast gemerkt, oh, überall Zombies. Lass mal den Truthahn durchgehen. Der macht das schon. Nachdem er alle gerettet hat, hat sich der Truthahn gedacht, meine Arbeit hier ist getan. Und dann ist er gegangen. Stimmt, da ist er wieder in die Katakomben zurück. My work is done. Und dann geht er einfach zurück in seinen Keller. Wir selber sind dann rausgegangen wieder aus der Kirche später. Ja, haben wir uns gedacht, Mensch. Wir leben dort weiter halt wieder Zombies, weil wir uns denken, ey, komm, das ist ganz geil. Geile Kulisse. Rennen über den, äh, über einen Friedhof, weil in jedem Resident Evil Spiel muss irgendwie ein Friedhof vorkommen, so gefühlt. Ja, ja. Um Resident Evil 4 Feelings wieder zu holen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, eben, das hast du jetzt gesagt. Ja, hab ich. Du hast jetzt das gute Resident Evil in das schlechte gezogen. Ja, ja, das hab ich. Dann stellen wir ein Auto wieder auf und sagen uns, so, wir fahren jetzt mal in die Stadt. Ich hab jetzt Bock auf einen Burger, wir fahren in die Stadt. Wir fahren zu einer Uni. Stimmt, zu einer Uni, Richtung Uni. Aber dafür muss man sich ja erstmal durch eine Kleinstadt prügeln und dann durch, na, erst durch einen Waffenshop, dann durch eine Kleinstadt. Dann legt man einen Zombie wieder schlafen. Naja, du hast ja halt zwischendrin gedacht, ja, weißt du, Helene hat ja immer noch keine Waffe. Fahr ich mal ein Waffengeschäft vorbei, aber da waren sie unfreundlich. Ja, eben, da waren alle so piefig. Außerdem explodieren da ständig die Tankstellen. Das ist nicht so schön. Nee, war nicht schön. Aber dann sind wir bei der Uni gewesen. Haben da ein bisschen ausgeräumt. Und haben in der Uni den Präsidenten wiederbelebt. Ja, nee, nee. Erstmal hast du die U-Bahn genommen. Scheiße, stimmt, die U-Bahn gab's ja auch noch. Stimmt, von der U-Bahn, nee, von der Uni zur U-Bahn. Da hat man sich gesagt, aber U-Bahn fahren ist ja doof. Da müssen wir ein Ticket ziehen und das kostet Geld. Ich hab mein Portemonnaie nicht dabei. Also sind Pferderzugs immer unpünktlich und wir haben Lust hat. Und überfährt Leute. Und dann bist du ja bei dieser Gala-Veranstaltung wieder. Irgendwann denkst du dir, ich hab die Schnauze voll von U-Bahn. Dann kletterst du aus dem Tunnel, nimmst du das erstbeste Auto und fährst zurück. Nee, du warst doch nur in der Garage und von da aus gab's doch irgendwie so einen Tunnel. Nö. Nee? Vom Gullischacht fährst du mit einem Schrottreifenauto zurück, welches sich dann automatisch wieder zusammensetzt und dann packst du vor der Uni. Ach ja, stimmt, ja. Und packst aber vorher noch den Schlüssel oben unter diese Windschutzscheibe. Also bitte, das ist Standard. Das macht doch jeder. Ja, dann fährst du... Nee, warte. Dann siehst du, boah, das Essen hier ist ja richtig scheiße. Rennst durch die Uni. Rennst durch die Uni. Willst du dich erstmal beim Präsidenten beschweren, warum das Essen so kacke ist und die Leute überhaupt so scheiße drauf sind? Ja, dann merkst du, der Präsident ist tot. Und dann belebst du ihn wieder. Ja. Und dann kommt Helena, steht da mit im Raum und sagt, das erklär ich dir später. Das ist der Plot von Resident Evil 6. Das da gibt für mich Sinn? Er macht auch vorwärts nicht so viel Sinn, aber das ist Resident Evil 6. Das Spiel ist ultra retarded, aber die Action macht es leider verdammt richtig. Das muss man ja dann leider mal sagen. Und wenn man das auch zugibt. Ich glaube, wir haben den kompletten Part mit dem Markt vergessen. Stimmt, scheiße. Egal. Ja, zwischendrin warst du auf dem Markt, hast du ein bisschen Zeug wieder zurückgegeben. Das Ding sieht aus wie das, was ich gegessen habe. Okay, Resi 5 wird aber jetzt um einiges leichter. Der Plot war mehr Straight Line. Da muss ich euch den Vortritt lassen bei Resi 5. Oh. Oh. It's been a while. Wir haben lange nicht mehr Resi 5 gespielt. Wobei du doch letztens erst meintest du nicht, ne? Ja. Ich meine, bei mir ist es lange her leider. Also vor langer, langer Zeit begab es sich, dass Chris sich dachte, hey, ich fliege mal mit meiner Ische und der neuen Ische romantisch nach Afrika. Dann habt ihr so einen Vulkan gesehen und da saß Wesker drin, euer alter Kumpel. Und er hat gerade gewartet. Und ihr habt euch gedacht, Mensch, da werfen wir jetzt erstmal eine Brausebombe rein. Und das hat gebraust, hat das. Ja, das hat er aber nicht so witzig gefunden. Ja, und dann seid ihr halt runtergeklittert, wolltet euch entschuldigen. Leider Gott, jetzt hat er seine Sonnenbrille verloren und war dementsprechend ein bisschen sauer. Mhm. Aber nachdem ihr euch dann ein bisschen ausdiskutiert habt, ein bisschen ausgepowert habt, ein bisschen rumgerauft, seid ihr zusammen mit dem Flugzeug zum Schiff geflogen. Und ja. Du darfst. Ja, dann sind wir rumgeflogen. Man, Chris und Sheffa hatten es dann so ein bisschen eilig und sind dann einfach aus dem fahrenden Ding gesprungen. Gerade als es am Landen war. Dann hat man sich aber gesagt... Ja gut, Wesker hat halt einen fahren lassen. Dann hat man sich aber gesagt so, alter Wesker, es ist Zeit für deine Blutprobe, aber Wesker mag keine Spritzen. Also musste man ihn da mal ein bisschen zu überreden. Ergo, du haust ihm denn diese Spritze rein und saugst dann so ein bisschen was aus ihm raus. Ich will keine Blutspenden, verdammt. Und sagst du dich dann, haha, wir rennen jetzt vor dir weg. Und Wesker denkt sich, mh... Nein. Bin ich nicht so witzig. Mh... Dann kam ja die Szene, wo man sich einmal einfach nur durch dieses Fort prügeln muss. Das war ja ziemlich Call of Duty-ich. Naja, Wesker wollte einfach nicht, dass er mit seinem Blut wegläuft. Er will seinen Keks für die Blutspende. Ihr habt ihm keinen Keks gegeben. Das ist kritisch. Aber, aber ich will nicht an den Wesker verfüttert werden. Das will niemand. Ach, du würdest es geil finden, von Wesker geknuspert zu werden. Nein. Von Billy? Ja. Von Wesker? Nein. Allein schon geknuspert. All of the Knusper. Schlimmes war... Was war nochmal jetzt danach? Ich kann mich an das Ende so schwer erinnern, leider. Also nachdem du dich erstmal durch das gesamte Schiff geböllert hast, triffst du erstmal da so ein riesen Goppelfieh mit so drei Klubschaugen, das sich denkt, geil, die Typen haben Blut, das kann ich abgeben und dann kriege ich den Keks. Und dann dachtest du dir, haha, shame on you. Ich habe hier diesen orbitalen Laser und werde jetzt erstmal deine Klubschaugen behandeln. Allerdings hat dieser Laser nur Zeug aus der Erde gesaugt. Ja, leider Gottes. Das Ding hatte so ein paar leichte Mängel. Wieso habe ich das Gefühl, dass Resident Evil 5 rückwärts einfach nur The Quest for Suck wird? The Quest for the Cookie. Immerhin, das Ding hat so hart an dem Vieh gesackt, dass es irgendwann keinen Bock mehr hatte und sich dann einfach in Estella verwandelt hat. Ja, dann war es eine ganz normale, bitchige Frau. Die hatte leider Gottes dann ein bisschen Bauchweh, aber Gott. Ja, meine Güte, nichts, was Naspirin nicht lösen kann. Soll sich nicht so anstellen. Echt mal, soll sich nicht so anstellen. Nachdem er sich halt zusammengeklebt hat, seid ihr immer noch weiter weggerannt. Irgendwann seid ihr dann in Afrika angekommen und dachtet euch, haha, das Labor gefällt mir. Oh, guck mal, da ist ja Jill. Und dann hat Chris Jill einfach mal irgendwas auf die Titten geklebt. Ich habe dir was als Souvenir mitgebracht. Ups. Allerdings muss man das durch deinen Brustkorb schnell insizieren. Ich glaube, er ist hier was sauer, weil das Ding rot war. Sie trägt der Blau. Sie ist eher so der Blaut. Dann hat sie sich gedacht, so nee, ich möchte jetzt nicht, dass du hier mal einen Ausschnitt siehst. Und hat sie erst mal das Ding wieder zugemacht. Weil das ist ja, es gehört sich ja so. Da hat sich Weske eingescheitert und gesagt, ich will meinen Keks. Ich habe aber nur fünf Minuten Zeit. Also Keks, but now. Nachdem er seinen Keks immer noch nicht bekommen hat, hat er sich gedacht, weißt du was? Da ist jetzt meine Jill. Und dann ist er gegangen. Ja, hat er sich Jill gesteckt und gesagt, so, ich will es meine. Damit plotte ich jetzt den restlichen Blödsinn. Ich werde meinen Keks schon irgendwie bekommen. The Quest for Cookies. Und du warst ja dann komplett niedergeschlagen. Bist dann eben durch das alte Labor gegangen. Hast einen Haufen Viecher getritschelt. Verlicker hier und da gestreichelt. Ja, du warst halt so per Pambich. Hast ja gedacht, weißt du was? Ich lasse jetzt deine ganzen Viecher frei. Die kangen dir dann auf den Gang. Falsch. Du sperrst sie ein. Sie sind ja erst frei, nachdem du da warst. Also du sperrst sie quasi ein. Ja gut. Du kommst da an, die sind alle frei und denkst dir, boah, so ein Durcheinander. Erstmal alles einsperren in Käfige. Selbst die Tiere. Das ist Tricell. Dann war dann der Maya-Tempel? Ja. Sehr, sehr viel Maya-Tempel. Stimmt, der Maya-Tempel war groß. Stimmt. Das ging, es geht dann quasi, also wenn wir jetzt nochmal denken, Maya-Tempel und dann Labor. So war das ja. Ähm, ja. Ja, also wenn wir jetzt beim Maya-Tempel war, wo nichts Besonderes war, wenn wir jetzt so... Ja, ja, du klebst eine große Fledermaus zusammen, dann zauberst du Treppen zusammen, gehst Sightseeing durch den Maya-Tempel mit Lichtshow. Stimmt, die Lichtshow. Ähm, das war dann der Maya-Tempel. Stimmt, der Maya-Tempel ist so unbedeutend. Aber halt der größte Teil vom Spiel. Ja. Dann willst du einfach nur auf dem Boot und Richtung einer Ölplattform, aber zwischendrin denkt sich einfach mal Mike Wazowski, ich bin ein Fisch, holt mich hier raus. Naja, der lag so bemitleidenswert in der Gegend rum und hat nach Wasser geholt. Dann haben die echt gedacht, weißt du was, da drüben ist eine BOW, wir kleben euch mal zusammen. Ja. Stimmt. Nee, warte, er landet ja auf dem Schiff. Am Ende des Fights. Also man schmeißt ihn quasi ins Wasser. Deswegen ja, ihr klebt ihn als BOW zusammen, damit er atmen kann. Dann ist er aber relativ piefig auf euch, man weiß bis heute nicht warum. Und dann... Ich hab ihn falsch zusammengeklebt. Ja, eben. Falsch zusammengeklebt. Dann springt er wieder auf euer Schiff und denkt sich, Alter, ich hab echt die Schnauze voll. Macht auch so seine Blutentnahme oder was auch immer. Wieder the quest of suck. Dann denkt er sich, ich wollte eigentlich eine Meerjungfrau sein. Scheiß die Wand an. Jetzt bin ich nur ein normaler Mike Wazowski und jetzt muss ich halt hier so bleiben. Und dann sagt ihr euch, gut, gehen wir halt auf so ein kleineres Schiff. Wir lassen ihn mal machen. Wir kommen mal mit einem kleinen Schiff zurecht. Und dann fahrt ihr zur Ölplattform, wo sich gerade alles wieder zusammensetzt. Die ist niemals explodiert. Die hat sich einfach nur wieder neu zusammengebaut. Begrüßungsfeuerwerk. Das ist touristenorientiert. Die stehen auch so was. Ja, das ist gerade Eröffnungsfeier. Oder Hugo hat mal wieder mit einem Literoklitzerin gekleckert. Oder so. Dann, warte mal. Die Ölplattform war eigentlich auch jede Menge Blödsinn. Jede Menge Durchgeballer. Du läufst mit Schosch ein bisschen durch die Botanik. Dann fahrt ihr mit dem Fahrstuhl nach unten. Ja. Dann rennt ihr durch die Ölplattform selber. Belebt dabei ein paar Kettensägenarbeiter wieder, die unglücklich bestolpert sind. Die gehen dann natürlich wieder ihrer Arbeit nach. Ja, natürlich. Gute Arbeiter, wie sie sind. Dann verlastet die Ölplattform, findet ein paar Zelte. Denkt euch, geil, hier kann man campen. Ist allerdings nicht so First Class, wie erwartet im Katalog. Und dann verschwindet ihr wieder. Stimmt, dann gehst du zu den Ureinwohnern. Und sagst dir, hey, habt ihr vielleicht irgendwie einen Keks für uns? Den wir so einem Durchgekneiten geben können. Ja, stimmt. Dann bist du da ja, bei den Höhlenmenschen, wollte ich gerade sagen. Und weil die leider Gottes keinen Keks, aber jede Menge Krokodil hatten, habt ihr euch gedacht, wisst ihr was, wir versperren jetzt den Weg für Wesker, damit er sich findet und klaut dann nach und nach Medaillen. Stimmt, man klaut die Medaillen, fährt sie auf verschiedenste Inseln. Neben Krokodilen und all so einen Blödsinn. Das macht wiederum Sinn. Ja, doch. Macht echt Sinn. Und nachdem ihr dann den Weg blockiert habt und Wesker euch nie wieder finden wird, haut ihr ab. Stimmt, ja. Haut ihr einfach ab, sagt dann, boah, das ist Afrika. Und dann kamen ja die Minen. Stimmt, die Minen gibt es ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Da merke ich, Resident Evil 5 habe ich nie gespielt. Du hast auch nicht so viel verpasst. Ich meine, es ist Resident Evil. Es ist Resident Evil 4, nur nicht so toll. Ja, und die Minen sind halt vorwärts wie Rückwärts das Gleiche. Du gehst durch eine Mine. Ja, du gehst durch eine Mine. Die End. Ja gut, vorher hast du halt nochmal die Fledermaus, die sich nochmal bei dir bedanken möchte. Danach fährt sie dann glücklich mit dem LKW weg. Stimmt, und kniffelt. Ja, dann gehst du durch die Mine. Stimmt, und vorher bringt Jill noch hier Mike Wazowski dahin. Nee, das war dann umgekehrt später. Nee, warte. Nee, erst wurde entführt, dann kam die Fledermaus. Normal. Warte, warte, rückwärts, rückwärts. Das Kapitel endet mit dem Kampf mit der Fledermaus, deswegen. Stimmt. Man jagt ja Jill hinterher, also Mr. Wazowski. Ja, ja, Fledermaus, dann gehst du den ganzen Weg zurück, belebst einen Haufen Leute wieder, dann, naja, eigentlich bringt Jill ihn dann zu euch. Ja, hab ich ja gesagt. Sie packt ihn ja dahin, so aus dem Motto. So, hier, guck mal. Hat sich dann aber vorher noch ihre Haare wieder gefärbt. Stimmt ja, hat sich nochmal die Haare gefärbt zwischendrin. Nee, nee, mittlerweile kann sie dir nicht mehr in die Augen blicken, weil sie sich so für dich fremdschämt und trägt eine Maske. Ja, eben. Sie hat sich gedacht, du hast meinen Ausschnitt gesehen. Das kann ich nicht, äh, das kann ich nicht erlauben. Und seitdem trägt sie eine Vogelmaske. Ja, stimmt, die Minen, da war wieder nichts Besonderes eigentlich. Und dann sind wir sogar schon fast, ja, doch, beim Dorf. Ich meine, das Dorf ist an sich sowieso eigenartig. Ich meine, du kommst da zu so einer Volksversammlung mit so einem Megafon-Typen und einem Megahenker. Ja, sagst du ja dann aber, neb, da will ich nichts mit zu tun haben. Na, die sind halt vorher erstmal ein bisschen aufgeregt. Das sind neue, die gehören nicht zu uns. Und dann habt ihr gesagt so, na gut, dann wir gehen, wir gehen. Ist schon okay, ist schon okay. Ja, und dann waren sie so glücklich, dass sie den Typen wieder zusammengeklebt haben, der euch am Ende dann ein paar neue Waffen schenkt in einem Formschirm im Koffer. Das stimmt ja, ja. Aber dann denkt ihr euch, ah, du weißt, der Waffen und Urlaub, das ist nicht so uns was. Dann packt ihr das Zeug in den Koffer und fahrt einfach weg. Ja, und dann fahrt ihr einfach weg. Dann haut ihr einfach ab. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Resident Evil endet immer damit, selbst rückwärts, dass du dem Sonnenuntergang hinterher fährst. Verdammte Scheiße, noch eins. Okay, außer Resi 6, da... Und Resi 4. Hey. Da fährst du nicht aus dem Sonnenuntergang. Das weißt du auch nicht. Das ist ein bewölkter Tag. Ja, wo geht es schon auf jeden Fall unter? Das ist ein bewölkter Tag. Und du fährst mit ein paar Spaniern nach Hause. Na gut, Resi 3 fängt auch nicht mit Sonnenuntergang an. Bei Resi 3 müsst ihr sowieso übernehmen, weil Resi 3 habe ich weder gespielt noch gesehen. Oh Gott. Bei Resi 3, da muss ich mich zurückerinnern, aber das müsste ich einigermaßen auf die Kette kriegen. Ja, aber das ist Resi 5. Am Ende hat Resi 4 niemals seinen Keks bekommen. Armer Resi 4. Resi 4 stand nur auf dem Königsfelsen und brüllte Chris! Zwischendrin hat Resi 4 noch mal seine Hand aus einem alten Mann geholt. Es schien ihn dann doch unhöflich. Und er hat sich gesagt, ich habe schon ein paar Shabir Garn und Weske dachte sich so, okay Mann, schon cool. Oh, das ist schön. Oh, Resi 4, da habe ich mich drauf gefreut jetzt. Oh, Resi 4, das wird lustig, da können wir ja alle wieder mit. Resi 4 rückwärts, das wird jetzt noch mal, das wird witzig. Also, es fängt an mit Lian und Ashley, wie sie schlicht und ergreifend auch mit dem Jetski durch die Gegend ballern. Sehen eine Explosion im Hintergrund, aber irgendwie steht danach noch alles. Dann sagen sie sich... Begrüßungsfeuerwerk für Touristen. Genau. Dann fällt Ashley kurz ins Wasser, sie setzt sich wieder drauf und sie fahren in die Höhle. Und dann sind wir schon mal da im Kampf gegen Saddler. Du wirfst beim Kampf gegen Saddler, wirfst dann erstmal Ada den Raketenwerfer und du denkst, nee, den brauche ich nicht. Brauche ich nicht, danke, ist schon okay, ist schon okay. Leider Gottes will, hat die Frau dich gefreundet und hängt nur noch so dumm in der Gegend rum. Saddler denkt sich, achso, du bist Pazifist, ja Mensch, na denn? Digitiert wieder zurück. Ich dachte schon, du wärst einer von diesen aggressiven Ami-Touristen. Echt mal, ich hab diesen Raketenwerfer da extra liegen lassen für solche Notfälle. Alles, was er wollte, war ein Frühstück, na gut. Okay, okay, dann chill. Geh deiner Wege. Soll mich nicht stören. Und dann gehst du wieder, fällst du in den Fahrstuhl runter, wo du Ashley gelassen hast. Die lässt du ja so oder so da. Gehst du zurück. Oh, warte, das wird jetzt witzig. Du implantierst einen Virus in ihr und in dich selber. Ja, nee, du musst ja erstmal für deinen Chef irgendwie eine Ausrede für deinen ungeplanten Urlaub finden. Oh, ihre Tochter hat Streptokokken. Pssst. Nee. Mit dem Laser erstmal ein Plager ist in die Brust geschossen. Weil du sicher gehen wolltest, oh, für das Arztertest bräuchte ich das auch. Mach mal, Ashley. 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 Ja gut, dann ist Seller nochmal da und sagt sich, Alter, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ich meine, das ist so. Was es für Kundenrezeptionen gibt, wenn die sagen, dass man bei uns Streptokokken kriegt. Ja. Das finde ich nicht okay. Also, das könnt ihr nicht machen. Also, ich möchte, dass ihr geht. Und dann sagen sie sich, okay, gut, wir gehen. und dann alles gut. Und der arme Mann ist dann halt so herzzerreißend um Ashleys Gesundheit bemüht, dass er sie die ganze Zeit einsammeln möchte. Ja. Und immer wieder von dir weg haben will. Stimmt, deswegen steckt der Ashley dann in eine Kapsel. Das war da, ja. Stimmt. Also, ihr merkt schon, dass deine Aufsichtspflicht nicht zur Gänze erfüllt wird. Ja eben, also, Lian macht da echt ein bisschen beschissenen Job. Erster wie Claire, nur. Er hat's von ihr gelernt. Saddler sagt sie sich sehr, so, wir packen sie jetzt erstmal in die Kapsel und wir gucken mal, was denn los ist. Lian denkt sich, okay, ich geh so lange mal die Umgebung erkunden und all so ein Blödsinn. Ballert ein paar Leute Call of Duty Style nieder. Dann findet er seinen alten Kollegen Krauser. Spielt ein bisschen mit ihm. Nachdem ihr dann fertig seid mitspielen und Räuber und Gendarme denkt er sich, oh, weißt du was, wir sehen uns dann irgendwann mal später und ihr geht. Ja, ich melde mich später nochmal. Meinem Arm geht's jetzt auf einmal viel besser. Danke nochmal. Apropos Arm, mein Arm ist immer noch im Arsch. Das ist nicht gut. Dann solltest du aufhören, ständig Slamdanks mit dem Ding zu machen. Hey! Dann gehst du weiter, triffst U3, also das war hier Ed. S. S. Sagst du dir aber, nee, ich spring einfach vom Seil in diesen Container, renn durch die Container und Lian Superjump einfach aus den Containern raus. Weil es ja logisch, ich meine, er springt von diesem Abhang, wo das Vieh rauskommt ursprünglich. Wo? Das ist ja noch bescheuerter. Er geht die Container wieder, wie sie gerade erscheinen, Moonjump die Klippe hoch, und auf einmal verbuddelt sich das Vieh in der Wand und sagt sich so, nö, wenn du so mir ankommen willst, gut, von mir aus. Fuck you then. Und dann sagt Lian sich, okay gut, ich geh wieder und geht weiter. Was war dann? Ich glaube, dann kam schon der Fight mit Crowser. Wenn mich nicht irre. Oder? Der Bulldozer? Nee, doch erst kam der Fight mit Crowser nochmal. Da hat Crowser sich gedacht, so hey, bin wieder da. Beim Arm geht's jetzt besser. Willst du ein bisschen Probe kämpfen? Und Lian so, ja klar, kein Ding, Mann, lass mal, lass mal machen. Nee, vorher schießt noch Ada auf Crowser und dann macht ihr erst den Probe. Ach ja, stimmt, ja. Haben wir echt den Part übersprungen, wo du aus heiterem Himmel durch die Kraft eines versprochenen Bieres einen Helikopterpilot belebst? Oh scheiße, stimmt, ja. Wir haben die wichtigste für die Person vergessen. Mike, ich spendiere dir ein Bier. Ein Bier? Wurm. Ja, genau. Den Part haben wir Mike vergessen. Ja, okay. Approved. I approve this. Äh, ja, der Kampf gegen Crowser. Dann kommt Sadler wieder und sagt, ja, ich hab, ihr geht's wieder halbwegs gut, kannst sie wieder haben. Und dann parkt Ashley erstmal den Bulldozer aus ner Wand. Oh Gott. Dann fahren sie im Rückwärtsgang die Szenerie rum, sagt dem Motto, das Ding müssen wir wieder zurückbringen. Wir können hier nicht wenden, das Ding ist zu groß, meinst du, du kriegst das hin, das Ding rückwärts zu fahren und Ashley, denn talentierte Fahrerin, wie sie ist, fährt das Ding rückwärts durch die, durch diese halbe Anlage, da? Nur damit die beiden dann in der Müllpressanlage landen und dann von da aus irgendwie, wie so Moonjumpen in der Version so viele. Das ist cool, das waren die 2000 Wochen. Ja. Dann Moonjumpen sie einfach die Müllpressanlage hoch. Lian denkt sich so, ja gut, ich muss noch mal kurz was erledigen, bleib du mal in diesem Raum hier und dann versteckt Lian erstmal die Karte, holt sie später nochmal wieder. Er versteckt die Karte vor den anderen, denkt sich, boah, jetzt hab ich endlich mal ein bisschen Ruhe. Kann ich endlich mal weitergehen und all so einen Blödsinn. Irgendwo eine Kneipe suchen, sich betrinken. Ja. Und dann will er einfach nur noch von der Insel weg und findet Ada. Und Ada denkt sich, oh, cool. Und dann fahren sie Richtung hier Burg City. Und Lian denkt sich nur so, boah, Ada, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, die Frau los zu sein. Und Ada so, ja. Ada wirft dich dann erst mal aus dem Boot raus? Nee, die wirft dir aus dem Boot raus. Sag mal, du meine Güte. Lian, du gehst mir gerade echt auf den Sack. Komm, in ein paar Stunden noch mal wieder, wenn du weniger sassy bist. Meine Güte. Sassy, sassy, sassy. Dann findest du Salazar, dem allerdings, dem geht's nicht so gut. Aber der hat sich dann auch schnell wieder beruhigt und dann ist er wieder klein Napoleon. Du denkst dir dann also, gut, dann geh ich halt wieder, gehst den Turm runter, bewegst dich noch durch ein paar andere Türme. da passierte ja nix wirklich, soweit ich mich jetzt nicht erinnere. Also nichts Weltbewegendes. Hm. Doch bis zu dem Punkt, wo diese Insekten Ashley wieder zu dir zurückbringen. Verdammt. Und Leon nur so, Scheiße. Was sind das für Viecher? Wieso bringen die mir dich wieder? Und er steht so, I don't know. Nicht mal die Moskitos wollten sie. Nicht mal die Moskitos wollen dich. Dann klaus, dann gehst du mit ihr weiter, klaust ein paar heilige Gräle, versteckst sie in anderen Räumen. Denkst du dir, oh geil, ich fahr jetzt erst mal ein bisschen Lore. Stimmt, die Lore. Warte mal. Stimmt, die Lore gibt's ja zwischendrin noch, aber da ist Ashley ja weg, also muss das... Da ist dann noch was anderes passen. Das war vor dem Napoleon-Fight, wollte ich gerade sagen. Hm. Das war vor dem hässlichen Lalafehl. Also, stimmt, dann der Kampf mit Sadler, äh, mit Salazar, dann denkst du, ich fahr den Turm runter, fahr ein bisschen Lore, wuppdi-doo. Turm 1, Turm 2, Turm 5 und dann kommen die Viecher und bringen dir Ashley wieder. Und Leon denkt sich, fuck. Ja, jetzt macht's Sinn, ja. Ich hab die Lore komplett vergessen. Ist so dieser Part, der auch im generellen Spiel, wo ich mir mal denk, so, was macht hier eine Miene mit einer Lore? What the fuck? Aber, ja, dann hast du halt Ashley wieder an der Backen. Zumindest so lang, bis du dir sagst, Ashley, du gehst jetzt da rein, packst ein paar Puzzle zurück und dann gehst du da unten rein und lehn dich mal an die Wand. Und dann ist sie gefangen und Leon denkt sich, so, jetzt bin ich sie los. Der gesamte Plot läuft rückwärts nur darauf, wie Leon Ashley los wird. So, wie es in Realität sein sollte. Er versucht die ganze Zeit, sie loszuwerden und versagt immer dabei. Oh Gott, sie ist ein Cartoon-Character, egal, was du tust. Dann kommt Saddler nochmal wieder und hat sich gesagt, ey, kennst du den hier? und dann bringt er dir Louis vorbei. Gott, damit Louis. Louis denn so, okay, ich hab hier so, ich hab hier so Zeug, ich geh mal wieder und dann geht ihr mal wieder. Ich nehm mir die Tabletten jetzt weg. Ja, ich nehm mal die Tabletten mit, ich hoffe, es ist okay und du denkst dir so, äh, die hätte ich schon, okay, tschüss, ich bin weg, ich bin Louis. Und du denkst dir, na super. Musst du weiter durch die Gegend, suchst weiter Louis. Nicht mal Drogen kriegt man hier. Mindestens ein paar Insekten, denen du aus dem Weg gehst. Und dann, äh, gehst du einfach nur deiner Wege, kommst grad aus dieser Kanalisation raus und auf einmal dreht sich die Wand und dann ist da Ashley, wie sie an die Wand gehängt ist, aber sie kommt auf dich zu und du denkst dir, boah, echt jetzt? Wie? Das kann nicht dein Ernst sein. Nicht mal die Fallen wollen sie. Nicht mal die Fallen, nicht mal das Schloss will sie. Was zur Hölle? Alter, dicker, was hast du mir denn reingeworfen? Oh Gott. Dann versteckst du einen Haufen Ornamente in Labyrinthen und all so einen Blödsinn. Triffst zwischendrin nochmal Ada. Ada, wait! Die denkt sich aber auch nur so, äh, geiler Auftritt mit einer Flashbang. Ähm, so, ich komm mit einem Flashbang, meine Brille fliegt in meine Hand. Ja? Kämpfe kurz mit Leon, gehe, also, gehe da mit Leon zurück und zeige auf Leon mit meiner Knarre. Und dann verschwinde ich einfach. Und dann denkst du die ganze Zeit nur, what the fuck? Hä? Was hat das denn jetzt? Die hängt zu viel mit Wesker ab, ich sag's dir. Ich sag dir, die macht so einen Blödsinn, macht die ständig. Ja, dann, sobald, in der Serste ja die ganze Zeit wieder an der Backe, willst du mit ihr eigentlich nur noch aus dem Schloss raus. Na, erstmal rennst du sie durch den Ehrgarten. Bei der Ehrgarten, der ist ja auch, dafür lebst du ein paar Hunde wieder. Weil du ja ein Tierfreund bist. Am meisten Hunde, weil du ja Leon bist. Ja, eben. Lieb Hunde. Dann hast du halt die Donamente alle versteckt, Ashley ist wieder bei dir und du denkst, ich soll jetzt dann nichts wie raus aus diesem Schloss. Aber die wollen dir noch ein Abschiedsfeuerwerk geben, aber übrigens funktioniert das immer nicht so. So sind diese Katapulte. Und dann so, wir lassen jetzt einfach die Zugbrücke runter und gehen ins nächste Dorf. Vielleicht werde ich sie da irgendwo los. Läuft aber alles nicht so gut. Erstmal gibst du dem Bürgermeister sein Glasauge wieder. Na, erstmal löscht du seine Scheune, dann hilfst du ihm dabei, sich wieder zu sammeln, dann schenkst du ihm ein Glasauge. Du bist so ein guter Mensch. Du bist so ein guter Mensch. Allerdings ist Ashley immer noch draußen. Sie ist nicht beim Feuer gestorben. Du hast Ashley immer noch an der Backe hängen. Dann gehst du weiter zurück, triffst entweder El Gigante oder die Bella Sisters, je nachdem. Und alle haben absolut keinen Bock auf Ashley und rennen vor ihr weg. Ja, genau. Dann ist es... Im Prinzip kann man das ganze Ende wie folgt beschreiben. Alle rennen sie vor Ashley. Ja, das gesamte Dorf hat keinen Bock. Ey, stimmt. Sogar der fucking Fisch hat keinen Bock. Hm. Ja. Ja, dann, warte mal. Dann, äh, der Kampf mit Louis. Da schickst du einfach nur Leute von einer Party weg. Und dann sagst du dir, gut, jetzt, äh, mal so langsam wieder Richtung, äh, Richtung Kirche. Ja, stimmt. Das ist dann in der Nachtpassage. Das heißt, du begibst dich langsam Richtung Kirche und sagst, Ashley, so, du bleibst jetzt hier. In diesem Raum sitzen. In diesem Raum. Dann gehst du raus, machst so einen komischen Mechanismus, dass da bloß keiner reinkommt. Stimmt. Aber dann fällt dir auf, scheiße, ich hab mich verlaufen. Wo muss ich jetzt lang? Beziehungsweise, ich will den Schlüssel zur Kirche irgendwo verstecken. So, nachdem du das gemacht hast, denkst du dir, geil, ich geh jetzt, äh, ins nächste Dorf, zur Happy Hour. Schlägst dich, äh, durch endlose Gänge und Katakomben durch eine fucking Höhle, bis du endlich im Dorf ankommst. Die Leute erst mal total pissig auf dich, bis du ihnen sagst, Leute, chillt, ich hab das Mädchen weggesperrt, ihr seid nun sicher. Echt mal. Dann beruhigen sich alle und lassen dich gehen. Ich hab den Schlüssel dahin gepackt, wo ihn niemand finden wird von euch. Und dann ist gut, alles cool, ihr müsst sie auch nicht wieder rausholen oder so. Ihr könnt die da drin lassen. Und dann feiern sie dich zum Danke für deine Rettungstat eben als großen Nationalhelden. Dann schenken sie dir zwei Polizisten, die dich dann ins nächste Städtchen fahren sollen, wo es eine Kneipe gibt. Ja, eben. Aber vorher triffst du noch so einen alten Typ in so einem verlassenen Haus und dem hilfst du auf die Beine. Der ist gestolpert. Keks kennt das leid. Ja. Und dann sagst du dir so, jetzt erst mal ein Frühstück. Das ist die Story von Leon S. Kennedy via Ashley loswerden wollte. Resident Evil 4 rückwärts. Resident Evil 4 in a nutshell. Die Story... Ohne Scheiß, also rückwärts. Ist das so dumm. Ich mochte ja persönlich die Stelle, immer wenn Ashley dann wiederkommt. wenn die Insekten sie vorbeibringen oder das Schloss sich sagt, ey, hier, du hast ihn vergessen. Die stellen mich persönlich noch am geilsten. Oder rückwärts, wenn du dem Kleinen seine Hand barierst. Alter, rückwärts. Du packst einfach die Pfote von einem Hund in den Bären. Alter, das ist fies. Ey, da zieht ein Messer aus deinem Knie heraus. Auch genial. Stimmt, ja. Du rettest El Gigante von einem tollwürdigen Hund. Stimmt. Als Strafe für den Hund packst du seine Pfote in die Bärenfalle. Böser Hund. Böse. Und dann lässt du den. Damit dann nicht wegrennt und platzierst überall noch Sprengfallen. Alter, Lien ist ein richtiges Arschloch in der Rückwärtsvision. Naja, er will einfach noch sicher gehen, dass er schnell nicht wegkommt und er weiß wie Hundererziehung funktioniert. Ja. Das ist so dumm. Hey, und das Wichtigste ist, am Ende kriegt er sogar noch eine Jacke geschenkt. Ja. Eben, er kriegt noch eine Jacke geschenkt vom Dorf. Die waren so dankbar. Die waren so dankbar, dass er sie endlich weggesperrt hat. Weil jetzt haben wir ein Problem, nämlich, ich habe Resident Evil 2 und 3 nicht gespielt, also. Resi 3 sind wir dann ja erst mal. Ja, jetzt. Jetzt muss ich mich erst mal wieder düster an 3 erinnern. Das ist lange her, ne? Ja, sehr, sehr lange. Ich habe das Ding damals original auf Konsole gespielt. Ich habe letztens erst einen Resi 3 Let's Play gesehen gehabt, letztens vor drei Monaten. Ich weiß noch, alles fängt damit an, das Schild sich im totalen Vollsuff vor einem atomaren Riesenlaser und sich denkt, scheiße, wie war ich besoffen, was habe ich eigentlich da angestellt? Und dann findest du da so einen großen Fleischklumpen vor und denkst dir, oh, habe ich mal wieder ein bisschen auf der Party mit denen A rumgekleckert. Weil ich, das Einzige, was ich über Resi 2 und 3 weiß, ist Jill, Nemesis, Birken, Leon. The End. Das ist alles, was ich über die beiden Teile weiß. Ich habe mir auch nie ein AP wirklich davon angeguckt, weil das sind Spiele, die ich selber mal irgendwann spielen möchte. Das Gute ist, rückwärts ist es mir scheißegal, weil ich habe dann sowieso keine Ahnung, wovon die reden. Das Ding ist im dritten kann man gar nicht mal so viel erwähnen, rückwärts. Echt? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nur, zu sagen, Jill rennt in eine zombie-infizierte Stadt rein. Naja, du rennst erstmal von diesem Fleischklumpen weg, den du irgendwie mit einem Laser wiederbelebt hast. Ah. Dann triffst du so einen hotten Spanier, von dem du dich dann aber kurz danach wieder trennst. Dann merkst du, oh, mein kleiner Fleischklumpen hat sich weiterentwickelt, er kann Mama sagen, rennst wieder weg. Er kann Mama sagen. Dann fährst du Bimmelbahn, dann kommst du in der Stadt an, dann erschießt du so einen bösen Russen, der dich nicht leiden kann, wahrscheinlich, weil er neidisch auf den Spanier gewesen ist. Dann triffst du wieder deinen kleinen Bonn-Proppen, da kann jetzt sogar Mama uns das sagen. Ja. und holt Helikopter in den Himmel mit einem Raketenwerfer. Zwischendrin spielst du dann den hotten Spanier, der aus einem Krankenhaus flüchtet. Damit dieser hotte Spanier äh, nee, erst, äh, vorher ist es so, von wegen, dass der hotte Spanier, äh, Jill infiziert, um dann in das Krankenhaus zu rennen. Ja, nee, nee, warte, warte, warte. Zuerst hast du eine Schwarzszene, dann siehst du, wie er an ihr rumschleckt, während sie mit K.O. Tropfen auf dem, äh, Altar. Und dann denkt er sich, scheiße, das war vielleicht ein bisschen zu viel, ich sollte mal ins Krankenhaus ein Gegenmittel holen. Das macht er dann, rennt durchs Krankenhaus. Hm. Dann merkst du, okay, das Zeug haut ein bisschen Ärger rein, dann kommt aber glücklicherweise nochmal der kleine Matschau vorbei, der neben Stars und Mama jetzt auch noch Tötentun sagen kann. Und er verpasst ihr dann das richtige Gegenmittel, dann ist sie so glücklich, dass sie will quietschfidel durch die Botanik rennt, den kleinen Spanier vergisst. Irgendwann kommt sie mal in der Polizei an, denkt sich, ach, meine gute alte Arbeitszeitstelle. Dann triffst du nochmal deinen kleinen Wolle-Proppen, dem geht so gut, dass sie erstmal das ganze Haus rumdekoriert, weil es doch ein bisschen schäbig aussieht, so ohne Feuer und allem. Ja. Unterwegs stolperst du dann noch über so eine Haare, wo ich den Kopf da geflogen hat. Leider Gottes hat er so ein Loch im Kopf und dann denkst du dir, Mensch, hätte ich jetzt meinen kleinen Wolle-Proppen hier, der kann sowas heilen. Und dann kommt der angestiefelt, glücklich und Fidel und denkt sich, Mami hat nach mir gerufen und belebt den Asenfuß wieder. Dann denkt sie sich, das hast du gut gemacht, mein Kleiner, und dann gehen sie ihrer Weg. Alle drei. Ja. Ist Rosie 3 rückwärts dann einfach nur so, Jill ist Mama. Ja. Ja, Jill ist Mama. Ja. Und den Riesenwurm lasse ich jetzt mal links liegen. Zwischendrin platziert sie so ein Female im Sportpark, aber aber im Grunde war es das. Ja. Dann denkt sie sich, puh, jetzt bin ich so müde, jetzt gehe ich erst mal nach Haus und pfeife mir ein bisschen Kraut rein. Boah. Boah. Und dann zieht sie sich aus. Oh. Resident Evil 3 in a nutshell. Rückwärts. Die Story of Mama. Aber ohne Witz, so ist die Story in Resi 3. Ja, wenn du es rückwärts betrachtest dann, ja. Ich habe mir ein Let's Play davon angeguckt gehabt bei einem YouTuber. War sehr lustig, sich anzugucken. Mama, Jill. Aber allgemein, Resident Evil 3 war allgemein kein langes Spiel. Nee, du hattest halt sehr viel Backtracking drin. Das war halt so ein Zwischendrein geklatschtes, weil sie gemerkt haben, oh, es dauert noch ein bisschen, bis wir was Innovatives haben und das Setting mit der Stadt kommt gut an. Und dann kam zum Glück Resident Evil 4. Ja. Ich meine, der dritte war jetzt kein schlechtes Spiel, aber man merkt, sie haben Zeitdruck. Sie haben es halt geschafft, dass sie halt Nemesis erschaffen haben und ich meine, andauernd, wenn irgendwie es heißt, von wegen, du wirst von irgendwas verfolgt, wird immer der Vergleich zu Nemesis gezogen. Nahezu immer. Oder zu Birken. Ja, aber in der Regel sagt man immer Nemesis. Ich weiß auch nicht, warum. Also, so Standard-Tyrant-Typ ist dann eigentlich immer so der Verkleidungsstück. Vorher hattest du halt Mr. X, der im Prinzip dasselbe war, der hat sich dann allerdings noch komplett am Ende verwandelt. Ja, nur, dass Mr. X auch nicht wirklich viel Persönlichkeit hatte, ne? Es war ein Tyrant, der abgesetzt wurde, um Leute zu töten. Ja, was erwartet man. Nemesis hat sich noch irgendwann gesagt, so, hier, Miha ist Raketenwerfer. Das weißt du gar nicht. Nemesis' Auftrag war es ja, eigentlich wirklich, die ganzen Stars auszulöschen. Ich dachte, er wollte Sterne sammeln. rückwärts, er wollte einfach seine Sterne loswerden. Ich mach euch zu Stars. Wir sind nicht immer Stars, wir sind jetzt BSA. 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 All sowas, Leute. Und Kabukam. Das ist absoluter, äh, absoluter Fanservice. Das sag ich euch. B-S-A-A. Yay. Wenn ihr schon immer mal sehen wolltet, wie Frank West auf Nemesis einprügelt, that's the game for ya. Oh, jetzt haben wir noch Jetzt kommen wir zu Resident 2. okay also alles beginnt an einem schönen morgen überraschung es ist mal wieder morgen du spazierst mit der hotne von deinem besten body durch die botanik immer schönen gleisen entlang und mit so einer kleinen nervigen die du gefunden hast und dann denkst du dir guck mal da in der ferne da ist wieder so ein touristenfeuerwerk da muss eine stadt sein beziehungsweise vorher war da eine stadt aber dann hat einfach so ein portal eine stadt erschaffen ja und dann denkt ihr euch ja ist aber ein bisschen arg weit zum laufen wir nehmen mal den zug und die stadt freut sich so sehr darüber dass ihr vorbeikommt um sie zu besuchen dass ihr euch so ein zug auskotzendes monster vorbeischickt der den zug wachsen lässt und schöner macht und länger also wunderprächtig am ende habt ihr dann kompletten zuge als ihr ankommt nicht nur so dieses kleine führhäuschen sondern kompletten zug dann denkt ihr euch die kleine die wir auf gesammelt haben die sieht ein bisschen kränkelig aus die lassen wir erstmal da liegen und gehen selber ein bisschen auf erkundung jetzt mal überlegen wie gesagt da kann ich leider nicht helfen dann findet ihr einen haufen lustiger pflanzen die hat anscheinend irgendwie ein botaniker liegen gelassen so vom floristenladen dann findet ihr so niedliches hündchen das sich dann später plötzlich als cosplay herausstellt und ein neues kostüm anzieht und dann wegläuft das irgendwie so ein sci-fi scheiß mit so vier armen großes maul kennt man ja dann spaziert er so ein bisschen durch dieses riesige besucherzentrum das schon ein bisschen industrial aufgebaut ist man muss darauf stehen wahrscheinlich so ein altes berglager oder so jedem sein geschmack muss man liken muss man gefangen muss man gefangen haben jedenfalls später triffst du dann auch noch mal den cosplay und noch so ein paar andere niedliche tierchen die wollen halt so ein bisschen lab spielen ist so ein bisschen entertainment bevor du überhaupt mal in der start ankommst irgendwann ist dann halt die kleine auch wieder mutter und ladst du mit der hotten von deinem besten buddy bahn weg dann denkt ihr euch hey guck mal da ein lag koste okay mal streicheln dann hat das arme tierchen allerdings auch kein bock mehr auf dich ich meine ist ja klar streichelt salz irgendwann ist es auch im tierchen zu viel ich meine es sind lebewesen ja irgendwann kommt ihr dann halt mal endlich in der stadt an die kleine ist so aufgeregt dass sie als erstes mal los rennt ich meine das rennen ist ist eine besucherfreundliche stadt also die wird schon nicht verloren gehen was soll schon passieren später einfach mal im bällebad nachgucken dann findest du nochmals so ein cosplay das sieht dann später in den polizei chef verwandelt der ist dann auch so absolut glücklich euch zu sehen und verabschiedet euch dann erst mal damit er weiter seine büroarbeit machen kann dann stolpert ja öfters mal noch dieser andere cosplay über den weg dass ich dann als der vatern von der kleinen herausstellt der einfach nur als entertainment rum rennt so ein riesen kostüm natürlich an weswegen was schwer ist dass er halt nicht immer bei der kleinen sein kann ja er braucht dann halt auch leider gottes noch die hilfe von seiner frau sich in das kostüm zu quetschen dann haben sie noch die umkosten mit den fixen und den reparaturen also ha das hat immer so eine sache die kleine ist natürlich quietsch fidel und kriegt von allem nix mit und rennt einfach weiter die station hat spaß mit all den ganzen cosplayern ist übrigens ein internationaler cosplayer der hier in der stadt also ich wollte gerade sagen das wird nämlich langsam jetzt so eine mega cosplay party naja sie haben halt die gamescom bei sich na gut ja oder shisu oder was es da gibt keks hilf mir mal es ist die gamescom gamescom okay da rennen die dann halt durch die gegend spielen simulierte skis spiele als eben alles was man so haben kann die haben sie ja spaß ja irgendwann ist dann die kleine auch müde die lassen sie dann einfach im konzirevier die nimmt dann spiele ihr fordern mit alle sind glücklich kläre die hotte ische die du kennengelernt hast du kriegt dann auch ihre jacke wieder und dann fährt erst mal die hotte ische mit dem leon in dem auto bist du nah bist du hier zum diner wo die beiden sich wieder trennen naja sie will noch was essen gehen und du denkst ja ich fahr heim sie weiter mit dem motorrad auch noch heim mehr war eigentlich nicht gut zwischendrin haben sie noch so einen komischen kerl getroffen der fünf meter groß war aber ja so ein grauer das ist ein grauer hat nicht viel gesprochen er ist einfach nur hinterher gewaschelt und gesagt 1 wir haben jetzt gerade gekonnt er ausgelassen aber egal technisch gesehen ist hank in resi 2 nicht auch ziemlicher plottpunkt nicht wirklich er ist eigentlich ein alternativer spielmodi wurde auf zeite dein weg rennen soll also die technisches erhalt bei einer von zwei soldaten gewesen die bürken erschossen hatten weswegen er sich dann das zeug reingejagt hat das war es dann aber auch aber im spiel selber ist der im hauptteil gar nicht das ist halt ein angeklebtes element ach so ist viel cooler nichts geht über agent agent ja dann haben wir nur noch was nie will 1 jetzt über und zero über sie habe ich auch keine ahnung also da müsst ihr dann auch das lassen wir keks machen die halb die schon wenn sie damit mal durch wer das alte crazy 1 schade sie 1 das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her dass ich den teil gespielt habe ja aber wir wissen wie es anfängt ja man kann sonnenuntergang komm es ist ein running gag von resi ich finde es immer wieder interessant dass leute sowas als problem darstellen meine güte es ist ein fucking running gag dass die spiele so enden wie soll das sonst enden reiten sie romantischen atom pilz oder was ja eben was soll das warum das ist doch blödsinn lass sie doch das mann ist gut du hast denn halt diesen war ein tyrant ne ja ne als erstes fliegt ihr zusammen mit eurer gruppe mit einem kleinen mädchen du und noch einem weib oder du und ein kerl je nachdem wie wir es sehen wollen zu einer villa ne auch wieder zu einem feuerwerk du hast das begrüßungsfeuerwerk vergessen aber das vieh fand das nicht so witzig also es ist abgehauen hat angst vor feuerwerk hat empfindliche ohren naja es hat sich halt beim begrüßungsfeuerwerk ein bisschen verletzt lag so ein bisschen in teilen neben sich du hast ja gedacht ich zauber dich jetzt mal wieder zusammen kraft meine schweizer armee medical taschenmesser raketenwerfer hat er sich gefangen und dann ging auf einmal wieder alles ja dann dachte er sich ihr habt mir zwar geholfen aber ich mag euch dem nicht zur strafe gehe ich jetzt und fix erst mal den landeplatz ja eben in der zwischenzeit buchtest du erst mal chris ein er hatte zu oft auf die tippen gestarrt beim fliegen also hast du gesagt so kommen du kommst jetzt im knast ich habe nicht vergessen was in afrika passiert ist was kein sinn macht weil das erst in ein paar jahren passiert naja rückwärts gesehen macht es sinn scheiße stimmt sie ist nachtragend scheiße stimmt sogar der zusammenhang rückwärts alter wie dumm wäre das denn das erklärt auch warum wesker so scheiße drauf ist er erinnert sich an den fucking keks ja eben und deswegen platzern die ganze scheiße obwohl alter ihr fliegt zu wesker auf eine party und er ist immer noch nachtragend bist du immer noch nachtragend immer noch nachtragend sekunde mal erstmal muss ich mir diesen tyrant aus abziehen der will auch blut spenden alle wollen sie dass ich blut spende verdammt nochmal barry macht doch mal was ständig weil sie von mir blut haben barry macht doch mal mach doch mal barry sag doch auch mal was sagt doch auch mal was barry sandwich dann mobbst du dich ja quasi durch so ein labor aber wie kann man noch mal ins labor auch ich meine also ich mein ne warte mal doch das war ja denn da weißt du was bei resi 1 das problem ist ich habe da ich habe keine feste linie gehabt bei mir ich bin sehr unstrukturiert durch die gegend gerannt das ding ist viele orte musst du zwangsweise zwei bis dreimal besuchen deswegen es ist für mich gerade schwer dass irgendwie kollektiv rückwärts abzuspielen also nachdem ihr erst mal weiß gar getroffen hatte und er keinen bock auf euch hat spaziert er erst mal durch sein privat grundstück das ein bisschen forschermäßig eingerichtet ist weil ist ja in der blutforschung und er mag ja halt nicht dass er sein blut klaut außerdem stolpert er dann noch so durch sein privates aquarium dass ihr dann auch noch flutete schwein die ihr seid also das kann ja gar nicht ab dass es seine landhaie einfach so flutet das mögen die viecher gar nicht die reagieren da alle ja gestraubt echt weil die sind allergisch gegen wasser gesagt das ist bei mir gerade so das problem dass ich halt sehr viel hin und her immer hatte und deswegen ist es für mich gerade schwer dass rückwärts irgendwie vernünftig ab zu abzugehen das ist sinn macht in anführungszeichen zwischendrin besuchst du dann noch mal chris in seiner zelle um sicher zu gehen dass auch dich weggesperrt ist stimmt ja ja okay cool dann haust du halt aus dem privaten es im keller ab merkst oh nicer eingang in form eines brunnens lässt noch mal ein bisschen wasser rein damit du ganz sicher so gehen kannst dass der olle tippen krabbschall nicht raus kann ja genau dann findest du dich am garten wieder was kommt denn dann kam nicht da denn schon hier lisa trevor stimmend man das haben relativ spät dann zum ende na ja da spazierst du so ein bisschen durch den garten findest du leiter krabbelst runter und da ist dann barry und zusammen mit barry ziehst du so eine arme alte frau aus dem abgrund die ein bisschen verwirrt erscheint eigentlich relativ nett wird nachdem ihr euch verabschiedet habt denkt ihr euch jetzt gehen hoch zur großen sause da gibt es bestimmt irgendwo alkohol und nutten koks und nutten koks wesker und nutten oh gott ja dann kommst du direkt im haus raus durch diesen kleinen gang unterhalb von der treppe ja ah was war denn das nächste also im prinzip du rennst dann endlos lang durchs haus triffst ab und zu noch rebecca die sich heimlich kraut rein pfeift ständig allein sein da darf man ja nicht die haus schlange von weskerl versteckst du auch noch in der bibliothek das auch fuchsteufels wild weil das viel sich dann irgendwann im speicher einlistet das kannst du dann nicht einfach nicht machen und seine haustiere freilassen zwischendrin machst du auch noch mal kümmerst dich noch mal um seine pflanzen weil die schon so ausgetrocknet wirken leider gottes hast du den falschen dinger genommen dann hast du plötzlich wild wuchung ja so ein mega dünger einfach zwischendrin beschwert das sich ständig bei barry was für eine scheiße du nur stimmt barry ist sowieso der coolste irgendwie zwischendrin findet ihr noch ricardo der will stockbesoffen in einem höhlendurchgang liegt das stimmt ja der will aber für sich alleine sein ergo denkt ihr euch okay wir machen erstmal den wasserfall wieder zu sonst stört ihr noch einer im rausch die schlange gibt es ja auch noch irgendwie zwischendrin ja ja die versteckt sich am ende auf den speicher die hat keinen bock auf dich ja stimmt ja die versteckt sich dann einfach und sagt sich nee 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 den kenne ich mit dem habe ich schon in der bibliothek zu tun gehabt da habe ich keinen bock drauf becker findest dann wieder irgendwo sitzend natürlich muttersehen allein und sich beim kiffen zieht na eben das ist ja das könnte gefährlich werden ja gott ist es ein teenie die machen das alle entweder das oder masturbieren na eben ich mein gerade in so einem großen haus das ist verlockend dass niemand irgendwie gerade rein platzt also ja und leider gottes musst du leider feststellen du bist zu spät gekommen alle liegen in den gang rum sind hake dicht manche torgeln dann noch ein bisschen wut entbrannt ihm sofort durch die gegend hier ist ja dann auch wieder um kippen alles schlimm die hunde machen auch was sie wollen ja die die hält auch keiner auf die springen einfach aus den fenstern und reparieren die danach also vielleicht hier sondern das gleichen alkohol gibt es auch kein mehr du stolperst sogar durch die küche und da ist nichts mehr ja eben da torgeln und noch so einer verlogen rum und sagt sie haben noch nicht genug irgendwann habt ja dann halt alle komplett die schnauze voll schnappt euch berlin geht wieder in die halle haben ein bisschen wesker zu der ist immer noch sauer dass ihr keinen keks bekommen und denkt euch wisst ihr was wir fahren jetzt einfach in die stadt und dann könnt ihr mir einen keks kaufen ja dann ruft euch einen helikopter und dann sagen sich alle gut wenn du denn endlich ruhe gibst i want my cookie and i wanted now ich meine er war damals noch nicht so piefig also er war an dem punkt schon er hat sich ein bisschen beruhigt er ist nicht mehr so piefig gewesen ich glaube war einfach nur glücklich dass er nicht aufhört sein haus zu verraten stimmt auch wieder das ist wie gesagt das problem ist einfach bei mir gewesen schwer sich daran zu erinnern ich erinnere mich noch an die ganzen stücke aber schwer im ja irgendwas komplett in dem rhythmus zu haben das ist halt so das problem in den ersten teilen das war halt sehr backtracking lastig und je nachdem wie du dich daran erinnert hast du halt mehr in der erinnerung und ich bin ja zu anfangen wenn du es das erste mal spielst du erst halt natürlich sehr viel durch die gegend ist ja logisch ich mein die menschen ist riesig und dann findest du immer mal wieder neue gänge dann hast du da ein item womit du irgendwo durchkommst und hast du nicht gesehen also von daher ist ja das ständig überall zwei drei mal weil dir dann einfällt ach ja stimmt ja das kann ich jetzt dafür benutzen und ach ja das war ja da und da ja und nehmen muss muss ich aber noch mal kurz zurück vorher und einmal das und das holen also was ist allerdings schade ist wir fliegen gar nicht in den sonnenuntergang stimmt schade es ist nacht ja stimmt auch so eine noch gut dann hat hat halt wahrscheinlich zu lange gedauert seine leute zusammen losreißen konnten ja eben halt auf einer fanatiker die spielen halt die ganze nacht mit den viechern das schlimm ist das und jetzt bleibt ja noch zero ja zero also dein fachgebiet also es beginnt beim sonnenaufgang beim romantischen sonnenaufgang wo rebecca und billy auf einer klippe stehen und rebecca billy die dog ihre dog tags gibt und ihm eine handschelle anlegt aber nur an einer hand dann denken die beiden sich so ey da vorne ist ein willkommensfeuerwerk mal wieder lass da mal hingehen sicher dass sie mich zum internationalen sml treffen wollten und sie ihm deswegen schon mal die handschellen angelegt hat nur um sicher zu gehen ich lege das mal als ja aus ja ich schipp dir mal danke haben wir nie bezweifelt das war von anfang an klar they both are the best ähm ja die gehen dann halt zu diesem willkommensfeuerwerk und auf einmal ja beleben die dort so ein leech die leech queen was ich denke so ey komm wir wollen hier nicht alleine rumrennen belebe dich mal wieder fahren die dort in den fahrschul runter rennen da allgemein durch ähm am ende sind die in einem labor rennen die durch ein labor zusammen um dann halt irgendwie durch einen äh abwasserkanal in die äh ins umbrella anwesend zu kommen in die umbrella schule um dort ein paar rätsel zu lösen und dinge zu tun du meinst rätsel aufzubauen ja rätsel aufzubauen mein ich ja rätsel aufzubauen und eine seilbahn kaputt zu machen damit diese seilbahn nicht mehr verwendet werden kann damit niemand mehr zurück in die labore kann ja sehr wichtig und beleben dort auch ganz viele albino offen wieder damit diese albino offen das gebäude beschützen können die sind vom aussterben bedroht das ist ein dienst an der gesellschaft das auch noch mal währenddessen lernen sie auch diesen dr marcus kennen mit dem quatschen die ein bisschen denken die sich so ey cooler dude wir laufen hier mal ein bisschen weiter rum wir bauen noch mal ein paar mehr rätsel nachdem die halt alles die ganzen rätsel aufgebaut sind sind die wieder durch den abwasserkanal in einen zug haben die den zug aufgerichtet und sind mit einem zug in den wald gefahren im zug haben die auch wieder ein paar leute wiederbelebt weil sie sich dachten auch wieder im zug wir haben keinen bock alleine zu fahren also überlegen wir hier mal alle leute wieder dann sind sie irgendwann in einem wald angekommen sind da her gelaufen rebecca und billi gehen zu einer leiche und rebecca so ey du du bleibst jetzt hier ich geh jetzt zurück in den wald wir sehen uns rebecca haut an der wald ab billi bleibt im zug rebecca läuft in den wald rein zu so einem auto weg zum kompletten auto um dann halt zu sagen so ja wie kann man das sagen wir haben ein den den mp-van gefunden welcher ja ihn eigentlich transportieren sollte wie kann man es am besten jetzt formulieren naja rückwärts gesprochen war das halt ein justizfehler sie findet die akte und denkt sich ja lege ich mal dahin der fährt schon alleine zurück um das vor gericht zu klären jetzt erst mal meine leute und dann lasse ich sie mal ein bisschen durch diese rätsel stolpern die ich schön aufgebaut habe unser techniker kann sich den arsch abbeißen an der seilbahn den zeige ich wer klein ist dann dann gehen die zu einem hubschrauber welche jetzt wieder heile ist und fahren fliegen weg in der nacht und dann sieht sie immer noch die ganze zeit pampig in dem helikopter beim nächsten mal bringe ich euch dazu meine rätsel zu lösen eines tages das war resident evil zero rebecca ist böse lehn ist an sich auch böse also sie verdienen einander ich meine lehn hat versucht die ganze zeit die präsidenten tochter loszuwerden ganz spanien wollte sie loswerden bestimmt auch wieder die ganze franz machen wie kein obwohl resident evil 7 macht mehr sinn rückwärts als der rest doch ja resident evil 4 macht auch rückwärts noch sinn chris will aber nur eine geile zeit haben wird halt noch von seiner alten friends und wollen unbedingt an den tippen umspielen musste also wenn man wirklich noch die verbindungen rückwärts angeht also dann oder die waldfee so war einiges zu tun aber das war denn die hauptrisen evil teile also revelations lassen wir jetzt mal aus mal daher sowieso noch ein dritter teil in der mache ist hoffentlich hoffentlich also von daher würde sagen die revelations teile lassen wir mal aus lassen wir mal außen vor wo die genauso gut sind aber revelations ich habe jetzt so lange nicht gespielt ich hätte keine ahnung mehr wie das richtig rum ist also wie das richtig rum ist und wie es dann falsch rum ist also revelation 2 wird auf jeden fall richtig bombastisch anfangen ja das ist groß wird die hat auf eine insel blast erst mal ein paar raketen durch botanik bis er merkt oder das ist ein monster ja auch mensch das ist ja ein ekelhaftes viech absolute großwild jagt mit barry zusammen auf jeden fall ja ich würde sagen das war es denn schon hier weil wir haben ja jetzt alle hauptteile durch wenn ihr irgendwie vorschläge hat für andere podcasts oder wenn ihr andere vorschläge hattet welche spielereien wir rückwärts mal angehen könnten schreibt es unten in die kommentare also wir haben schon so ein paar ideen ja aber schreibt es doch einen kommentar lasst es uns wissen und ja ich hoffe wir es hat euch gefallen und wir seien uns hier mal aus und sehen uns dann das nächste mal wieder bis zum nächsten mal